Wir haben gestern einen Engel geschickt, um die Grenzen zu passieren. Das war eine Frau, die nicht wusste, dass das ein Engel ist. Aber einige wird übersetzt als Gesandte. Und bei der Registration haben sie schon letztendlich geöffnet. Das war noch vor Petersburg. Und sie haben gesagt, vielleicht wollen sie einen anderen Platz hier etwas besser machen. Ja klar, gerne. Und sie hat sich nicht mehr im Gesetz, diese Frau. Sie konnte gut Deutsch und Russisch. Und sie hat mir sehr gut geholfen, die Grenzen zu passieren. Der Herr ist gut. Ich möchte meinen internationalen Team vorstellen, dass es ein Teil meines Dienstes ist. Denn die Erde ist her und alles, was sie erfüllt. Und das ist, weil Gott es hat alles erinnert. Und das ist, weil Gott es hat alles erinnert. Das ist Tatjana aus der Sprache. Und Natalya aus der Amerikanischen Reform. Sie ist der Tatjana aus der Kirchen Stöhnen. Sie hat die Gemeinde Rädding und Bete. Und damit sie euch im Geburt. Ich glaube, dass sie alles, was sie haben, gekauft hat. Und wir müssen uns auf die Grund, die immer mit dem Kopf zurückk Они beherauschen. Und dies müssen wir zuerst meinen Kopf hinlegen. Und damit müssen wir auch alle nichts aufzunehmen. Und damit müssen wir es auf! Dann müssen wir uns auf. Und vielleicht hat das auf das Ziel gemacht. Und das ist alles zu tun. Der Herr erweitert jedes Herz und bereitet euch, für Jünger zu sein. Ich habe das nicht einfach so gesagt, dass der Herr wird gepriesen, wenn viele Früchte da sind, und wenn wir seine Jünger sein werden, dass keine Früchte unsere Entwicklung im Leben aufhalten können. Jedes Mal, wenn wir für das Reich Gottes etwas erlangen, können wir das, was hinten ist, vergessen nach vorne schlägen, solange wir hier sind, dürfen wir nicht aufhalten. Den Ozean kann man nicht ausschöpfen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist schon überfüllt, schau auf das Ozean und schau, wie wenig du hast. Deswegen müssen wir unsere Größe erweitern und das Herz erweitern, damit wir mehr und mehr von seinem Reich erschöpfen können. Ich möchte jetzt ein Fundament legen. Denn das Thema ist ja ganzheit der Seele und wie geht man ganz. Das betrifft unsere Persönlichkeit. Ich möchte jetzt ein bisschen globaler starten. Als ich zum Flughafen gefahren bin, aus dem Auto aussteigend habe ich zwei Worte gehört. und das hat mich sofort in einem Fluss getrieben. Was ist das denn? Was möchte Gott hier euch sagen? Und übrigens nicht nur für euch hier. Ich möchte das sagen. Ich möchte noch anderen sagen, wie er diese Zeuge der Botschaft sein wird. Mit jedem spricht man unterschiedlich. Aber Samurin spricht er mit kleinen Phrasen und öffnet und weitet das später weiter. Weil Salomon, als er das sagte, in der 25.Gl. 3, sagt, in der 25.Gl. 1. Die Herrlichkeit Gottes ist, die Geheimnisse zu erforschen. Und die Herrlichkeit der Könige dieses Werk zu erforschen. Und als Jesus uns gerufen hat König auf der Erde zu sein, Seine Priester zu sein, dann sagt er, ich werde nicht mit deinem Baby sprechen, sondern mit deinem König, damit du das erforscht, was du gehörst, damit du tiefer gehst, als was du jetzt siehst. Denn Menschen, die Offenbarung bekommen, Vizionen, Worte der Weisheit, ist wichtig, immer tiefer zu gehen, als was du jetzt gehörst. Deswegen die Notwendigkeit in Gott ist immer sehr hoch, mit Logik kannst du in verschiedene Richtungen gehen, aber Gott wird dich in seine Tiefe und ich möchte mit euch darüber jetzt sprechen, mit dieser Phrase Gottes Wagen. Es gibt so einen Ausdruck des Saisons, die Saison Gottes Gewicht. Ich weiß nicht, wer von euch sich auf einer Wage befindet, aber wir sind schon nicht im ersten Jahr und auch nicht im ersten Jahr. Und ihr könnt euch sagen, was du analysieren, was habt ihr die letzten Jahre gefühlt? Was habt ihr so erlebt, in etwa ein halb Jahre? Welche Gefühle und Gedanken kam so in der Pandemie-Zeit? Was habt ihr so erlebt, in etwa ein halb Jahre? Welche Gefühle und Gedanken kam so in der Pandemie-Zeit? Das ist das, was geworfen wurde. Das ist das, was geworfen wurde. Ich möchte jetzt diese Etappe durchgehen in ihr Thema. Und wir müssen verstehen, warum Menschen diese Entscheidung machen. Wieso geben sie so widersprüchliche Bewertungen? Und bleiben so fest, dass sie im Recht sind. Aber können denn zwei widersprüchliche Bewertungen sich auf der Sichtweise nicht wahrnehmen? Es können nur zwei falsch sein, denn Gott hat eine dritte. Und wir sollten Gottes kennen. Ich möchte jetzt schauen und euch anbieten. Alle Quellen prüfen, aus denen ihr euch ernährt. Die Entscheidung treffen wir aus dem, was wir gegessen haben. Das, was wir sehen und uns ernähren, das wird unser Wesen. Und wenn der Mensch sich selbst vertraut, dann, wenn du jemanden erlaubst, dich zu formen, durch die Quellen, von denen du ernähren wurdest, durch die Augen und Augen, dann, du bist schon dessen Produkt. Und die Menschen auf der ganzen Welt sind jetzt eben dessen Produkt geworden. Und es ist sehr schwer, sich dazu überzeugen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, unser Herz zu ermöglichen. Und проверить, wie ich mich selbst darst, wie ich mich von wem zu formen habe. Ich möchte jetzt ein Kapitel durchgehen. 5. Daniel 5 Ich glaube, ihr kennt dieses Kapitel. Und aufgrund der Ebene gehen wir mit der Ebene durch. Umherst du Gott, wenn ihr es hier macht, nämlich das Wort nicht so wichtig. der Pilate, der sich mit den Augen und Augen und Augen und Augen! Und wenn ihr das Wort habt, Eines Tages, als Balsatzar, der König von Babilonia, war, gab er ein großes Fest für die tausend führenden Männer seines Reiches. Der Wein fließ in Ström. Imme Balsatzar, was bedeutet der Name der Name? Balsatzar? Hat jemand sich mit der Übersetzung auseinandergesetzt? Denn wie Bukharnetzer gab Daniel den Namen Belsazar. Das war ja der Name seines Sohnes. Das war eine interessante Vermischung. Und dieser Name erfüllte sich in Daniel 200%. Und das Leben von Belsazar genau das Gegenteil. Belsazar heißt, der den Gott beschützt. Und wenn jemand so ein Name geht gegen Gott. Dann kam in sein Leben ein Urteil. Gott hat ihn gewogen. In Bezug auf sein Name und seine Resultate im Leben. Unser Name ist unser Wesen. Am allerweise gehört der Mensch seinen Namen im Leben. Deswegen müssen wir ganz genau verstehen, was bedeutet er für uns. Und nicht einfach so, dass Gott wählt, wie man ihn zu nennen hat. Zu Zachariah sagt er, du sollst den Sohn Johannes nennen. Denn das war die Gnade, die das Volk bekommen hat. Ich empfehle dir die Bedeutung eines Namens zu kennen. Wenn dir etwas nicht passt, dann rede mit Gott. Vielleicht wird Gott deinen Namen ändern. Wie Abraham oder Abraham. Wenigstens ein Buchstaben über Abraham. Aber das ist wirklich ernst. Aber das ist wirklich ernst. Und der Belsar, der eigentlich Gott beschützt hat, hat Gott einfach ins Gesicht geschüttet. Und das hat er. Und da er getrunken war, hieß er, die goldene und silberne Gefäße herbringt, wie sein Vater Nebuk und Kadnezar aus dem Schempel zu Jerusalem weggenommen hatte, dass der König mit seinen Gewaltigen, mit seinen Weibern und mit seinen Gipspfeibern daraus drängte. Hier sieht man schon, dass Belsar seinen Vater nicht ehrte. Wir werden später mehr sehen. Und das ist die Parallele zu dem heutigen die zerstörten Beziehungen zwischen Vater und Kindern. Und in den letzten Tagen wird Gott die Herzen der Vater wieder zu den Kindern lenken, damit die Erde nicht mit Flüchen behaftet wird. Und das ist die Zeit. Warum kann man jetzt hier schon sehen, dass Ihr Vater nicht hier hat? Was denkt ihr? Haben Sie das bemerkt in diesem Vers? Ich erkläre. Der Vater hat die Gefäße schon seit langem Zeit in das Haus. Aber er hat nicht erlaubt, daraus zu trinken. Das waren wie trinken. Das waren wie trinken. Sosuze zolatere. Sosuze дорогие. Tore. Aber er hat gewusst, dass überall die, die Herr herrscht und gibt, wie er will. So lange er sieben Jahre wandelt, hat er etwas verstanden. Und er hat es dem Sohn übergeben. Aber der Sohn hat das nicht geachtet. Er wusste, dass der Vater diese Gefäße hat. Und er wollte sein, er ist größer als der Vater. Wir werden die Gefäße davon trinken. Und sie wurden gebracht. Togna bringesli zolatere Sosuze, katorre взiante, katorre взiante, katorre взiante, katorre, 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 katorre. Also wurden herbebracht die goldenen Gefäße, die aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes zu Jerusalem genommen waren. Und der König, seine Gewaltin, seine Weiber und Nebenweiber tranken daraus. Und da sie so soffen, lobten sie die goldenen, silbernen, ehrennen, eisernen, hölzernen und steinernen Göttern. Eben zur selben Stunde ging hervor Finger wie eine Menschenhand, die schriegen gegenüber dem Leuchter auf die getüchten Wand in den Königlichen Saal. Und der König war die Hand, die das schrieb. Was denkt ihr, warum kam die Hand nicht früher? Wieso hat Gott seine Hand nicht genommen? Wieso hat Gott seine Hand nicht genommen? nicht gesagt, denk mal nach? Er hat die Wahl aus seinem Stolz und seinem Hochmut getroffen. Und deswegen ließ Gott das zu, was geschieht mit der Gesellschaft heute. Manchmal ist die Dummheit mancher Sachen wie Gesetze, und die Menschen in der Gesellschaft schlubbt, was soll man machen, fragt vielleicht jemand. Wir hatten hier vorher ein kleines Zerf mit einer Gruppe, und ich habe da gesprochen, was Gemeinde ist. Die Gemeinde ist eine Gruppe, die Verantwortung übernimmt für all das, was im Land geschieht. Aber im Verstand der Menschen ist dieses Verständnis verloren. Deswegen nehmen sie die Infarkten und sagen, was kann ich machen. Aber dafür funktioniert das königliche Priestertum. Und wenn König sagen würde, ich bin zwar König, aber was soll ich schon tun? Wie lange wird dieses Land leben? Nicht lange. Das Königreich beinhaltet alles. Und die Autorität und Macht ist das Erste, was Jesus den Jüngern gab. Und alle Kategorien der Unreiten Welt, hat er in diese Macht hineingezogen. Ich gebe euch Macht über Skorpione und alle böse Macht und nicht sehr durch Schaden. Was schließt das Wort alle aus? Gibt es etwas, was das Wort ausschließt? Nein, da kommt alles rein. Und wenn wir beginnen, dass die Macht, die ich habe, reicht, um die Gesellschaft zu ändern, dann werde ich mich verantworten vor Gott, warum ich sie nicht gebraucht habe. Deswegen stellt euch die Frage, auf welcher Ebene dieser Autorität liebe ich jetzt? Welche Grenzen halte ich auch in der Entwicklung? Das, was jetzt in der Gesellschaft ist, ist ein Resultat von dieser Macht. Man kann alles verändern, aber dafür müssen Menschen verbunden sein für ein Ziel. Und deswegen ist jetzt die Christenheit auf der Lage. Wenn man zurück in das von Anfang gedachte Gottes Autorität haben Christen sich jetzt mit Beschuldigungen beschäftigt. Es gibt aber der, der die Herzen sieht. Und er wiegt die Herzen. Und er tut es jetzt. Und schaut, was in deinem Herzen wirklich ist. Und wie denkt ihr, warum macht er das jetzt? Er bereitet die Frau zur Entrückung. Und nur die, die seine Waage passieren, werden in dieser Zahl sein. Und das werden wir später sehen. Aber ich möchte, dass ihr jetzt das Realt verstanden habt. Das ist jetzt nichts, was sie so abtun können und sagen, ach auf der Waage eben, oder nicht auf der Waage. Ja? 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 1. Um 10. 3. 4. 4. 6. 6. 5. 8. 10. 15. 10. 6. 7. Wie stellt euch dieses Bild vor? Könnt ihr euch jetzt diesen König in seinem Angesicht vorstellen, wenn vor Schrecken sein Gesicht entschnellt ist, wenn mit seinen Länden etwas passiert ist? Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Prozess ist? Er hat nicht geschafft zu den Toiletten zu kommen, vor Augen seiner Diener, vor denen er gerade so angegeben hat, er sei besser als der Vater, und er schrie laut, das ist ein Bild, was das mit dem Krieg ist? Da gibt es zwei Gruppen, die weisigen Haldeer und Wahrnehmenden sollen Gruppen werden. Wer sind das? Und wie? Das ist genau das, was die Regierenden für sich gemacht haben. Das, was auf die Erde jetzt reinbricht, wird in solchen Schrecken versetzt, wie bei Bellen. Inwieweit ist die Gemeinde bereit, heute ein Daniel für das Königreich? Das ist die Frage, die wir wissen. Das ist die Frage, die wir wissen. Die Antwort müssen wir im Herz haben. Und dann wird unsere молitungen sehr fokussend, und wir wissen, was wir bitten. Das Gebet wird fokussiert sein, wir wissen, was wir bitten. Es gibt viele Meinungen und Punkte in verschiedenen Ländern. Und Menschen suchen Schuldige und beten darüber zu Gott. Wenn Gott etwas mit diesem Menschen macht, macht etwas mit diesem Menschen, macht etwas mit diesem Menschen, macht etwas mit diesem Menschen. Und Gott hat sich verirrt. Aber Amos sagt, gibt es denn einen Krieg, das nicht der Herr zu gelassen hätte? Er ist nicht eingeschlafen und hat auch nicht die Situation verwendet. Es ist besser zu verändern, was soll ich tun, um das aufzuhalten? Wie soll ich mich ändern? Was sind jetzt die Resultate der Wahrheit in meinem Leben? Denn hier hat er seine Stütze eingeladen, die eine occulte Praktik darstellt. Und heute sehen wir so in verschiedenen Ländern, da sehen wir auch hier heute, wie die occulte vor Menschen genauso handeln. Da wurden alle Wesen des Königs hineingebracht, aber sie konnten weder die Schrift lesen, noch die Deutung dem König anzeigen. Was sagt das Wort alle Wesen des Königs? Der König, der Daniel in seinem König hat, hat ihn nicht hineinbezogen. Und die Gemeinde ist so erniedrigt, die wird nie irgendwo in solche Entscheidungen hineinbezogen. Aber Daniel wurde davon nicht schlechter. Er betete weiter Gott an, und die ihm bei verschiedenen Königin. Und wenn er ihm bei verschiedenen Königin und ihm bei verschiedenen Königin nichts zu sagen. Und er betete ihn, dass er den König von ihm nicht mehr so erniedert. 9. Darüber schlug der König Belsatzan noch härter, aber er verlor ganz seine Farbe und seine Gewalt in den Wartbanken. Zaria, und ihre Gemeinde in den Wartbanken. 15. Da ging die Königin um solcher Sache des Königs und seiner Gewalt in den Wartbanken hinein in den Saal und sprach. 15. 16. 17. Und er sagte, sie waren nicht anwesend. 16. 17. 17. Ich glaube, dass neben den Regierenden es irgendwo einen gesunden Verstand, den Gott erweckt wird, und die werden die Wahrheit sprechen. 2. 13. 15. 16. Die Königin sprach, der König liebe dich, lass dich deine Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht also. Es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten war bei ihm Erleuchtung gefunden, Klugheit und Weisheit, wie der Götter Weisheit ist. Und dein Vater, König Nibukadniza, setzte ihn über die Sternenseer, Weisen für der und Wahrsager. Darum, dass ein hoher Geist bei ihm gefunden war, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und verborgene Sachen zu offenbaren. Nämlich Daniel, den der König Liesbälder zannennen. So rufe man den Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Ich habe eine Frage, aber habt ihr irgendwelche Wahrsager getroffen? Welches Gefühl erlebt man dort? Hattet ihr Lust, mit ihnen länger Gemeinschaft zu haben? Was habt ihr gefühlt? Es ist unterschiedlich. Wer Angst, wegzulaufen? Vielleicht kämpfen, aber nicht lange. Aber Herr Konanusser hat sie über sie als Boss eingesetzt. Er musste mit ihnen jeden Tag auskommen. Und sie sogar über sie herrschen. Aber Herr Konanusser hat es nicht geregelt. Aber Herr Konanusser hat es nicht geregelt. Aber Herr Konanusser hat es nicht geregelt. Aber Herr Konanusser hat ihn entfernt von diesem Posten. Und wenn du diese Okkulten Sphäre etwas durchdringen musst, wirst du etwas begegnen. Sie geben die Position nicht einfach so her, wie Christen. Ich erinnere mich, dass es über 30 Jahre alt ist. Ich habe gelernt, zu kämpfen, und ich bin auf solche gestoßen. Wir hatten eine christliche Schule, und wir hatten in einer öffentlichen Schule ein Gebäude gemietet. Und das war auch noch ein wichtiger Moment für mich damals. Und in dieser Schule nachts versammelt sich die Joga. Die Joga erforscht und haben dort meditiert. Und morgens kamen wir dann in diese Klasse und hatten unser eigenes Auditorium. Und der Teufel erhob diese Menschen gegen uns als Eltern. Wir hatten überhaupt keinen Einfluss auf die Schule, wir hatten nur so unsere Schulungen da. Und ich gehe in ein Gebäude, wo wir auch. Und die Lehrerin kommt von dieser Schule und sagt, Und die Direktorin hat mich ein. Und sagte, sie sagte, bitte keine Kinder morgen bringen, es ist ein Aufruhr. Ich sage, Gott, was tun wir tun? Die Entscheidung muss man schnell die Entscheidung treffen. Es war am Schulbäckchen, und die Eltern haben die Eltern schneller schreiten. Und ich habe immer nicht gehört und habe das auch gesagt. Und ich habe gesagt, dass sie nichts sagen können. Und sie sagt, wenn sie mir nichts gesagt hat, ich habe mit ihr ein Abkommen, und sie kann nicht sagen. Und sie kann nicht sagen. Und dann, wenn sie mir nichts gesagt hat, ich habe mit ihr ein Abkommen, und sie kann nicht sagen. Ich werde mit ihr sprechen und treffen dann die Entscheidung. Ich habe den Lehrer einen Platz. Und ich habe selber die Frage, soll ich zum Direktor gehen und sprechen? Und Gott sagt, nein. Dann sagt, was soll ich tun? Dann sagt, was soll ich tun? Dann sagt, wie soll ich die Schulbäckchen gehen? Und ich muss das während dieser Woche machen, und die wird wahrscheinlich aufgebracht sein, weil die Antwort ausbleibt. Und ich habe verstanden. Ich kann diese Grenze nicht überschreiten. Ich muss sieben Tage das tun. Und ich hatte jetzt gleich einfach gereinigt. Und so das bonding Partners. begging mir sofort diesen Tag控制 ich sık. Auf diesen Tag habe ich schnell dich mit einem потомen und inneren Tag, у mich sehr ruhig fühlt. Und übrigens noch vielen Tag measured ich mir прибSTraschen. Auf diesen Tag habe ich entender. dass vom 3. Tag der hirmen속 am disciplines etc. Und man auf jeden Tag der flären, Oder wenn man im Team umfohliежkt. Und am 7. Tag musste ich das 7 Mal aufholen. Und da waren schon Eltern und ich laufe da oben. Wenigstens hätte ich einen Hund. Und ich gehe und bete. Alle Eltern haben auf mich geguckt und haben gesagt, ich gehe zum Direktor. Ich frage mich. Was ist hier passiert? Sie sagt, was ist hier passiert? Was meine Sie jetzt? Warte, zwei Minuten, bitte. Ach, nichts vergessen. Das ist ein Kampf mit solchen Dingen. Wir müssen uns nicht wirklich Emotionen halten lassen. Wir müssen uns nicht einfach hier einfach absteigen. Wir müssen uns nicht einfach absteigen. Die Gesetze dieser Welt können uns sehr schnell unterdrücken. Aber wenn wir wirklich verstehen, in welchen Sphären unsere Kriege ist, wir haben Gott. Und da kommt der Sieg. Und wissen Sie, was passiert? Wenn die Menschen uns durch die Menschen durch die Menschen ihre eigenen Werte abwinnen, sie werden uns in ihren Problemen beschuldigen. Sie werden uns in ihren Problemen beschuldigen. nicht nach unten nach unter uns. Und wir versuchen das eine Erklärung. Aber unsere Aufgabe ist es, auf der Lage gerecht aufgenommen zu werden. Nicht leicht. Das, was bei der Zerang gehört, ist in den nächsten Versen. Bei der Zerang gehört Daniel. Da war Daniel hinein von dem König gebracht und der König sprach zu Daniel. Bist du, Daniel, der Gefangene einer aus Juda, der König mein Vater aus Juda hereingebracht hat? Was für eine Meinung hört man daraus? Du bist ein Knecht, mein Vater hat dich aufgenommen und du bist einfach hier ein Knecht. Er hat überhaupt keine Wertschätzung. Und Daniel durfte das nicht schlucken. Als er schon die Rechte Hand des Königs war. Und dann wurde er irgendein Gefangener genannt. Jetzt musste er aus der Position des Königs antworten, der morgen nicht leben wird. Und er sagt, ich habe von dir gehört, dass Verstand in dir ist und hohe Weisheit in dir gefunden ist und Erleuchtung. Ich sehe dich als Gefangenen, aber alle sagen, du hast mehr. Und wir als Gemeinde werden vielleicht heute auch so gefragt. Ihr seid irgendwo Amat des Lebens. Und er interessiert uns nicht wirklich. Aber die Einwände, die sich jetzt anbauen, die bringen alle Könige in diese Kasse. Aber die Gemeinde wird die Antwort haben. Weil die Gemeinde, die auf der Waage Gewicht hat. Und die Gemeinde, die da nicht wirklich involviert ist, die wird diese Bestimmung nicht erfüllen. Ich glaube, Gott nennt nicht diese Gemeinde, die seine. Er sagt, ja, das ist eine Organisation. Aber die Gemeinde regiert uns mit Gott zurück. Und die Gemeinde wird das Problem mit Gott selbst. Und der Grund. Und die Gemeinde heißt, dass er hier wieder mit den Geheimdlust und den Geheimdlust und die Wahrnehmd zu bekommen, dass er das Buch verletzt wird, und das Buch verletzt wird. Aber sie nicht konnte es mir nicht erklären. Und ich hörte, dass du kannst, dass du kannst, mit dem Geheimdlust und die Wahrnehmd zu erklären. Die Grünen weißen, dass sie mir die Schrift lesen und anzeigen sollen, was sie bedeutet. Und sie können mir nicht sagen, was solches bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du könntest Deutung geben und das Verborgen auf dem Wahn. Kannst du mir die Schrift lesen und dir anzeigen, was sie bedeutet? So sollst du mit Popo gekleidet werden, eine goldene Kette an deinen Hals tragen und der dritte Herr seien in meinem Königreich. Gemeinde, die Menschen sind konkrete Menschen. Stellt euch vor, ihr seid auf Daniels Position, wenn euch ein weltlicher Präsident einladen würde. Und sagt, ich gebe dir die Macht. Ich gebe dir bestimmte Kleidung und Beispiele. Würde ich dir das hören wollen? Nicht sicher. Aber ich denke, dass Menschen, die tschesslos sind, Menschen, die eingebildet sind, die werden das machen. Aber Daniel hatte andere Werte. Und er sagt, als Daniel sagte, dass Daniel gesagt hat, 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 da fing Daniel an und redete mit dem König, behalte deine Garten selbst und gib dein Geschenk einem anderen. Ich will dennoch die Stifte dem König lese und anzeigen, was sie bedeutet. Ich möchte sagen, dass wir nach diesen Kategorien, wenn wir diese Kategorien der Gewichte durchgehen, wie Menschen Gemeinden, wie die Gemeinde Christi, die Regierenden nötig sind. Aber es ist wichtig, dass das, was sie haben, uns nicht interessiert. Darin dürfen wir nicht gehen mit den babylonischen Werten. Aber ohne die Gemeinde wird die Gesellschaft nicht rauskommen. Und deshalb bitte, ich möchte, welchen уровень Messe wir da haben, um das wichtigste Problem zu haben. Stell dich mal vor, was für ein Gewicht man muss haben, um dort in der Entscheidung involviert zu werden. Und die Gemeinde passiert gerade diese Momente. Zadai Gott Gott, сколько ich in deine Augen wäsche? Frag Gott, was ich in deine Augen? Wenn du sofort wäschst, wenn du sofort wäschst, wenn du nicht in deine Augen wäschst, dann wäschst du mit dem Gedanken. Wenn du jetzt wäschst, dann wäschst du zu Hause und wäschst du mit dem Gedanken. Das ist eine wichtige Frage. Nicht, was ich in meinen Augen wäschst, nicht, was ich in meinen Augen wäschst, in den Menschen Augen, was ich in deinen Augen wäschst. Gibt es etwas in der Welt, was mich hat? Oder bin ich für mich gestorben, lebe für dein Reich? Gibt es etwas, was mir wichtig ist, dass ich noch nicht in meine Augen wäschst. Vor kurzer Zeit ein Prophet in der Kirche, nicht in seinen. Gostet war in der Kirche, und sagt über Alana, dass jemand wie Generaler hat. Er war in der Gemeinde zu besuchen, und über so einen General Allen gesprochen. Er war sehr erfolgreich in seiner Evangelisation, Das war eine der Erweckungen in Amerika. Aber am Ende war so, dass er stark von Alkohol stattfindet. Ich weiß nicht, was die Predigt so ausgezeichnet hat, aber er hat diesen Ellen. Und als er den Saal verließ, er sagt, dass er meine Sohn und dir am Vater ist. Er sagt, dass er es in der Bibel geschrieben hat. Er sagt, dass er was in der Bibel geschrieben wurde. Er sagt, dass er die Frage nicht ausfabriert hat. Aber er fragt mich nicht, dass diese Fakt nicht stimmt. Aber er hat mich gefragt, dass diese Fakt nicht stimmt. Die haben eine Analyse genommen und haben das so dargestellt, aber es war nicht so. Jetzt reden alle Menschen über ihn wie bei uns Sünder. Er ist aber nicht so in meinen Augen und du bist in meinen Augen, mein Bruder. Du hast es in die Ohren hineingelegt, damit es in den Mund weitergegeben wird. Du musst in diese Gemeinde zurückgehen und tust du. So arbeitet Gott. Wenn sie nur das Horizontale sehen und nicht das Weltall, sie fangen leichter Menschen zu reden. Es ist leicht, mit der Summe zu reden. Und das macht dein Gewicht entweder null oder es liebt dich. Wenn du da sagst, was Gott sieht, dann wird das dein Gewicht vermehren. Deswegen konnte auch Daniel in diesem Fall sagen, ich gebe dir die Geschenke jemand anderem, das interessiert mich nicht. Ich habe letztens ein Seminar über Kostbarkeiten gegeben und habe die Menschen gefragt, ihre Werte aufzuschreiben. Und wir haben dann die Liste durchgegangen. Man kann über die Prioritäten sprechen, was ist der erste, was ist der zweite Platz. Ich rate auch euch das zu tun. Aber ich gebe euch einen Tipp. Es ist nicht mein Thema hier. Und wenn wir die Werte anschauen, wenn wir die Werte anschauen, auf die Horizontale, auf die Gesundheit, auf die Gesundheit, auf die Familie, auf die Gesundheit, auf die Gesundheit, auf die Beruf, sind das wichtigste Dinge? Das ist nicht unwichtig. Ihr wollt das ja nicht ablehnen. Aber das ist alles horizontal. Es ist wie diese Pyramide auf diesen verschiedenen Kreisen. Aber wenn unten kein Stiel ist, dann muss man sich mit einem anderen Weg zurückziehen. Dann kann man sich umstoßen, und das wird alles fallen. Denn für uns ist die Wahrscheinlichkeit, wenn es nicht aus der Vertikale verbaut wird, wenn es nicht aus der Vertikale verbaut wird, dann wird die Horizontale uns immer auf die Zeit geschenkt. Jesus hat das so genannt. Dann schaute er zuerst nach dem Himmlischen Reich und nach seiner Wahrheit. Das ist die Vertikale. Das ist die Vertikale. Alles andere wird zufallen. Daher denken bitte über dasอ sacrificing. Wenn wir diese Vertikale geht auch an deinem Samen, alle anderen gibt es zufrieden. Das ist das, was ich theoretisch denke. Das ist das, was ich theoretisch denke. Das ist das, was ich theoretisch denke. Warum werden Sie da nicht hingeladen? Gott wartet, bis dich das gar nicht ermöglicht. Wenn wir schon erlöst sind, haben wir einen Herr, der uns erlöst hat. Und so, meine Freunde, wir können in eine ganz andere Gewichtsklasse hineingehen. Und so sagt Daniel den Versatz. Herr König Gott der Wüste, hat deinem Vater Nebukadnezar Königreich Macht Ehre und Herrlichkeit gegeben. Und vor solcher Macht, die ihm gegeben war, fürchteten sich vor ihm alle Völker, Leute und Summen. Er tötete, wie er wollte, er ließ leben, wie er wollte, er erhöhte, wie er wollte, er demütigte, wie er wollte. Da sich aber sein Herz erhob. Wie ist das, was ihr denkt? Wie ist das, was ihr denkt? Wenn Gott, wenn Gott diese Macht erlöst hat, will man irgendetwas entfernen aus dem Tragen von Nebukadnezar, die Menschen zitterten und fürchteten sich seine Macht, der tötete, wie er wollte, und wenn er nicht erlöst hat, der erhöhte, wie er wollte oder er niedrigte. Wie ist das, was er nicht verwechselt? Du hast ihm die Macht gegeben. Also sehen Sie, wie es anders aussieht, als vom Sofa her? Wir denken, Gott kann es nicht geben. Aber es ist irgendwie Daniel unterstreckt, dass es eine Macht erlöst hat. Das heißt nicht, dass Nebukadnezar der Verhältnis hat. Das heißt nicht, dass Nebukadnezar der Verhältnis hat. Er war frei von seinem prayknas zu seiner Nacht und er verlebt, oder hat seinenéheit und er hat mit ihnen verwendet, der sich mein Herz erlöst. Da sich aber sein Herz erhob und er stolz und unkönig ward, ward er vom königlichen Stuhl gestoßen, und verlor seine Lehre. und ward durch den Menschen propon, und sein Herz war gleich den Tieren, und er musste weit laufen. Der typische Versuchung von Nischmenschwem sich aus dem Schlappten Und fast Gras wie Ochsen und sein Leben lag unterm Taubes Himmels und war nass bis auf das Erlehnte, dass Gott der Höchste Gewalt hat über die Menschen, Königreich, und gibt sie, wie mehr will. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, ob du wohl solches alles weißt. Sondern hast dich wieder, den Herrn des Himmels, erhoben, und die Gefäße seines Hauses hat man vor dich bringen müssen. 24. Stich. Daraus ist von ihm gesandt diese Hand und diese Schrift, die da verzeichnet ist. Und da steht, was verzeichnet ist. Mene, Mene, Tekel, Upassin. Und das ist die Bedeutung, Mene, das ist Gott, hat sein Königreich gezählt und verendet. Tekel, das ist, man hat dich in einer Wage gewogen und leicht gefunden. Das ist unser Saison und unser Thema. Das ist unser Saison und unser Thema. Ich denke, Daniel, der von den Regierungsangelegenheiten abgezogen wurde, dass er mit Gott nicht geredet hat. Er setzte damit fort drei Minuten. Und er hätte sagen können, Gott, schau, was der König tut. Und er mischt sich da ein. Und er mischt sich da ein. Und er mischt sich da ein. Und er hat die Zeit und die Fristen, aber unsere Aufgabe ist die Fürbitte für diese Menschen. Sobald der Mensch anfängt, diese Macht zu verurteilen, geredet er unter seinen Einfluss. Wenn wir verstehen, wir sind nicht von dieser Welt, dann sind wir in einer höheren Position. Und dann starten wir von dort, die Geschichte zu schreiben. Freunde, legt euer Herz auf die Wage mit Gott. Auf welche Schlüsse bin ich eingefallen in der letzten Zeit? Welche Diagnosen habe ich der und dieser Person gestellt? Welche Lüge habe ich ihm geschluckt und auch weiter gesagt? Lieber das macht man selber, als man den Richterspruch hört. Weil Jesus sagte, dass ein Apostel sagt, sich selbst zu richten, um nicht mit der Welt berichtet zu werden. Und das ist das Gericht, über sich selbst Gottes Wagen zu nehmen und sich die Frage zu stellen. Was ist in meinem Leben, in deinem Augen schief? Was muss ich in meinem Leben ändern? Welche Lüge habe ich dir, glaube ich? Wenn er uns lieben wird, wird er sagen, wenn er uns lieben wird, wird er sagen, wenn er uns lieben wird. Das ist ein Königreich ist zerteilt und in Merdan und Persern gegeben. Dann befall Welser-Zar, dass man Daniel mit Popo kleidet sollte und ihm eine goldene Kette an den Hals geben, und ließ ihm verkünden, dass er der dritte Herr sein Königreich war. Aber in derselben Nacht war der Kaldäer König Welser-Zar getötet. Eine sehr wichtige Kombination. Es s possession hat, dass er etwas anderes kann. Man muss nicht auf dem Trott beides sein. Eins lieben, das andere verrückt. Wenn Daniel von Liebukhatnäme dran fängt, dann könnte er bei dem Цarinen wersetzen. Doch wenn Daniel von Liebukhatnäme angenommen werden kann, dann könnte er den König sein. und setzt Daniel auf seine Position. Er wurde nicht glücklich. Er kam Darius. Er ist 62 Jahre alt. Das ist mein Alter wie Prinz. Gott ist Humor. Gott weiß was er tut. Wir haben keine Renten. In jedem Alter kann man ihm dienen. Und Königreich an ihm. Ich möchte jetzt mit euch ein paar Punkte anfangen. Ich möchte eine Frage stellen. Wir wissen alle. Über die Jungfrauen, die Klum und die Törichten. Gibt es hier Törichte, Jungfrauen in Zahlen? Nicht nur eine Runde? Wentre 6000? Nicht nur eine Runde. Es sind Sie? Eine Runde. Und wie viele sind sie weiß? Alle Runde. Und alle? Und zwischen und zwischen? Aber die Bibel sagt, wie viele Menschen in der Kirche sind, die 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 Menschen in der Kirche sind. Wenn du plötzlich wäschtest, du hast ein leeres Gefäß. Ich habe einen Anakplikation-Besuch gemacht, wie man will, wie man will, wie man will. Aber über sich selbst geträumt. Bei mir ist alles gut. Aber lieber in dieser Zeit der Menschen zu sein, wie ein kostbarer Ohrring, wie ein kostbarer Ohrring im Ohr, so ist der weise ein zurechtweisender Wenn wir real verstehen, dass es in meinem Leben noch etwas geht, etwas zu tun, ein einfacher Test in der Pause nach der Zeit, wenn Jesus sagt, wenn Jesus sagt, diejenigen, die meine Worte hören, werden mit einem Wand verglichen, der sein Haus auf dem Stein baut, und die, die nicht zu tun, die nicht zu tun, sondern nicht zu tun, wie sie auf dem Boden sind. Aber nicht zu tun, die nicht zu tun, sondern zu tun, die nicht zu tun, sondern zu tun. Wer ist auf dem Stein baut? Wer baut auf dem Stein baut? Wer baut auf dem Stein baut? Wer baut auf dem Stein baut? Aber auch nicht alle. Wir suchen Schleichwege, nicht Sandweg. Vielleicht ist da Sandweg. Aber Stein ist ja auch am Ende Sand, wenn man nicht sammelt. Das sind einfach Kriterien. Wer sagt, die meine Worte hören, welche Worte sind gemeint? Sie werden über diese drei Kapitel eingegangen. Für die drei Kapitel eingeladenmt, dann wird alles klar sein. Dr. Sieinner Sie sich an diese drei Kapitel hin, dass er alles klar ist. Wie beginnt es, in die sie 했는데, wer es weiß, die Musik beitibt. Man beantwortet sich, wenn ihr mich ähntert aber nicht beantwortet. Mit welchem Gericht ihr richtet, werdet gerichtet werden. Gibt es Menschen, die nie gerichtet haben? Das war's. Und was wollen wir? Wer denkt, was wir morgen morgen essen, wird wieder ein Verstoß. Wenn du zum Opfer kommst und an deinen Bruder denkst, wer macht das? Wie viele schwache Glieder. Gibt er nicht in Illusion leben. Und ich schaue, ich bin besser als der Mann. Ja, das jeden Tag beleidigt und nicht jeden zweiten Tag. Er richtet jeden Tag und ich einmal die Woche. Und so weiter. Wir vergleichen nicht Gottes Sicht davon, sondern die Vertikale. auf der Horizontalen Ebene. Das sind falsche Kriterien. Das Werk eines jeden wird offenbart. Und nicht nur der Grund, sondern auch die Baumaterialien. und die Gemeinde auf der Wahrheit. Die Umstände, die kommen nacheinander. und die Menschen verbinden. Sie verbinden, dass alles hochkommt, was innerlich ist. All diese Schlacke. All diese Schmutz. Das war überhaupt nicht, sodass die Umstände nicht da waren. Und so sagt der Herr. Ich bin gekommen, mein Volk zu Wiegen. Saison des Wiegens ist das, wo wir heute sind. Wir müssen uns prüfen. Wir müssen uns prüfen. Auf dem Fall. Wir müssen uns prüfen. Wir müssen uns prüfen. Auf das Licht zur Verstand und Weisheit. Und das machen wir nach der Pause. Einmal. Auf der stove. Schmerz, ich danke dir. dass du mit uns works. Ich danke dir, Ich danke dir, dass du dich und du bist, dass du dich mit uns in unserem Geist bist. Ich danke dir, Jesus. Du weißt, wie du das tut. Und wir lassen dir, dass wir die Grunde zu bringen, dass unser Grunde ist, dass unser Grunde ist, und den Bauern Material nicht verbringte, und der Schmarrn, der Baum nicht einstürzt. Mit dir ist das möglich. Und wir nehmen dieses Gewicht in unsere Inneren. Ich danke dir, dass du uns wissen lässt, dass wir im Saison des Wegens sind. Erfinde uns als schwer in deinen Augen. Füge uns ein Gewicht zu. Und wir sollen mir drin, in uns jeden, der Heilige Geist soll auf dem Thron sein. Und deine Weisheit soll uns lieben. Und deine Weisheit soll uns lieben. Und in dieser Zeit, in Jesus' Namen. Amen. 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 Amen.